Der Gedanke zum Tag von Peter Denk Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass immer alles gut läuft und wir dauerhaft glücklich sind. Ziemlich sicher ist es so, sonst würde ich als Mensch gar nicht dazulernen können. Vielleicht ist es dann umso wichtiger, dass ich mich manchmal verliere, nicht weiter weiß und mich hilflos fühle. Gerade in diesen Momenten, ja, da lerne ich dazu. Im Sport oder in der Musik ist es doch ähnlich. Wenn ich etwas mehr wage, etwas mehr probiere, naja, dann lerne ich ja erst dazu. Weil dieses Neue ich erst einmal kennenlernen muss. Es ist immer notwendig zu wachsen. Bis zum Ende unseres Lebens wachsen wir und wachsen gerade an den Dingen, die uns oft verzagen lassen. Wichtig bei allem, aus dem Tal steige ich als Mensch nach diesen Prozessen ja wieder auf, zu meinen Gipfeln. Es ist vollkommen in Ordnung verloren zu sein, hilflos zu sein. Weil Gott weiß, dass wir uns wiederfinden. Vielleicht heute oder vielleicht erst morgen. Außerdem wird es Fragen geben, die ich nie beantworten kann. Auch dies ist ein Teil des großen Wunders, was sich Leben nennt.